Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge The Walking Dead. Und ohne feige Quatsche setzen wir den Zug in Bewegung und fahren in Richtung Hoffnung. Hoffe ich zumindest. Es ist auf jeden Fall ein schöner Zug. Und es läuft. Sag, dass du Angst hast. Natürlich geht's um deinen Duck und können wir ein bisschen schneller fahren? Bitte? Und wehe, du fällst eins meiner Kinder an. Könnten wir Duck bitte rauswerfen? Ich bin immer noch für die Abstimmung, dass dieses Kind wegkommt. Ist ja Sünde für die Mami und für den Vater, aber was ist los mit dem? Können wir einen überfahren? Das wäre wenigstens was lustiges. Da würde ich mich endlich wieder freuen in diesem Spiel. Bitte. Bitte steig vor den Lauf, vor den Zug. Bitte tu mir den Gefallen. Vielleicht, die haben alle Hoffnung, Hoffnung geschöpft. Passt bitte auf Duck auf. Oh Mann. Es gab mehr von uns. Ja. Ich will ihm nichts aus dem Gesicht entfernen. Ich will dieses Kind wegwerfen. Er wird sterben. Und das wissen wir alle. Er ist aus dem Zeitpunkt. Wir müssen diesen Trainern stoppen. Okay. Bitte. Er muss weg. Es ist traurig, aber leider wahr. Ich finde die Entscheidung auch nicht gut. Das wisst ihr. Hoffentlich. Auch wenn ich... Ich bin nur... Dabei will nur, dass Clementine und Lee überleben. Also, dass wir überleben. Und die anderen auch. Und... Klar ist das kacke. Aber was sollen wir machen? Ich mach das notfalls. Keine Angst. Wo ist der Bremshebel? Ja. Wird er eben nicht. Ja. 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 Ich hoffe, dass er sich gleich beruhigt. Ich hau ihn mir doch in die Fresse. Sonst kein Problem. Ja, Mann. Was willst du jetzt machen? Ja. Er ist tot. Er ist am Ende. Deine Frau wird gleich gebissen, wenn du noch länger diskutierst. Das ist nicht über Dug. Es ist nicht über meinen Sohn sterben. Was in der Hölle wissen? Du bist nicht mein Freund. Ich haue dich. Du hast sicher als Scheiße nichts für mich getan. Ja. 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 Ja, ist wirklich so. Egal wie hart das ist. Es ist einfach vorbei. Dug zu. Nein. Soll er zuschlagen. Sind wir uns jetzt um? Er tötet uns jetzt, oder? Er hat uns doch zusammengeschlagen. Halt den Zug an. Okay. Wir haben uns jetzt zusammengeschlagen lassen. Damit er sich beruhigt. Damit er runterkommt. Und ich hatte Angst um uns zu töten, hätte ich gesagt. Aber ich wollte das nicht tun. Weil ich habe mir gedacht, er muss sich abreagieren. Und wir tun auch mal etwas für andere. Und nicht so wie er behauptet. Wir tun immer nur alles für uns selbst. Ich würde jetzt nicht gerade so wenig sagen, aber ich bin gerade etwas, etwas traurig. Ja. Ja. Ja, ja. Als ob es eine Zombie-Rettungs-Pille gibt. Das ist echt traurig. Das ist schon wieder ein Toter. Es ist einfach wieder einer aus unserer Gruppe, der stirbt. Ich mach das. Ja, es ist wirklich so. Es ist voll krank, Mann. Wieso? Das ist einfach nur gestört. Das ist einfach nicht... Nein. Nein. Bitte wandel dich nicht jetzt in einen Walker. Nein. Bitte lass mich dich wenigstens umbringen. Und beiß bitte niemanden. Bitte nicht. Ich hab immer noch Angst vor dem Moment. Das ist viel trauriger. Ich hab Angst, dass noch einer stirbt. Was ist passiert? Was ist passiert? Duck ist sterben. Ja. Ja. Wir müssen ehrlich zu ihr sein. Was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist passiert? Wer hat auf was geschossen? Was ist denn los? Was? Warum? Hä? Was ist denn passiert? Was? Was? Was ist denn los? Ja. Was ist denn jetzt wieder los? Wie jetzt? Ich wollte es doch machen. Sie hat sich erschossen? Wie jetzt? Hä? Warum? Was war das denn jetzt wieder? Ja. Aber... Warum hat sie sich denn jetzt umgebracht? Was war das denn bitte? Wo ist denn mal das Happy End bitte? Ich meine... Warum? Ich will nicht. Warum gibt es denn im Spiel kein Happy End? Und... Warum kann nicht einfach mal 10 Sekunden jeder glücklich sein? oder in... ... ... ... ... ... Warum geht das denn nicht? Wieso können wir nicht einfach mal irgendwie mal Glück haben? Wir haben nie Glück in dem Spiel. Die ganze, die armen Leute, Mann. Wir sind jetzt nur noch zu, ja, dritt plus zwei, eineinhalb Kinder. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich verprügel den. Warum erzählt der das einem Kind? Hey, wie geht's? Ja, ist echt so. Aber das kannst du nicht. Das ist ein kleines Mädchen. Ich will ein Boot und dann weg. Am Hafen? Ja. Er hat ja schon recht. Was denn denn? Ich verstehe nicht. Warum wird ihr die Haare abschneiden müssen? Wegen den Walkern? Ja, er hat schon recht irgendwie. Das, was Kenny nämlich machen wollte. Ja, wohin gehst du? Ja, möchte ich. Ja. Okay, er ist 14 Jahre schon Landstreicher, ganz schön krass. Nein, das ist niemand zu schuldigen. Was? Wo haben wir denn das? Äh, ich glaube, ich habe hier und da hattet, und sie sind einfach nur freiwillig auf der Straße, oder wie jetzt? Ich mag einen Drink, du weißt? Ja. Ja, wir haben nichts. Nein. Darn. Ich habe doch erstchossen, weißt du das? Ja. Er denkt pragmatisch. Er denkt pragmatisch. Finde ich gut. Jetzt können wir erstmal zurück, wenn ich jetzt gehen dürfte, heißt das. Hallo? Okay, dann klicke ich halt da drauf, damit ich nicht sterbe. Ich möchte nicht mit Kenny reden. Nee, der labert mich ja wieder mit seiner Kinderkacke zu. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Meine Frau ist tot. Ja, mit Ben rede ich. Den mag ich. Hey, Ben. Hey. Da haben wir viele von uns leften. Du, ich, ich und Kenny. Clementine. Die Hohenstilie, die Sticks. Ich kenne dafür, bleibt es. Ich weiß nicht, ob wir kommen und Kenny. Ja, was ist das so? Es ist auch nicht so wichtig, was aus den Eltern gewonnen hat. Erstmal ist es überleben, was wir überleben. Okay. Ja, es ist wirklich. Ich hab Angst davor ihm. Ich hab ihm ja vorher schon nicht vertraut. Wie? Nein! Oh, jetzt bringt er sich auch noch um, oder was? Ich mein, weil sie nicht alleine, oder? Ja. Ich kann gleich hier... Warum bringen wir uns eigentlich nicht um? Ich mein, wir sind der einzige Typ, der irgendwie immer noch steht. Und da ist was zu trinken. Da ist Alkohol. Whisky-Flasche. Grab it. Den bring ich zu ihm nach vorne und dann trinken wir ordentlich ein. Ah. Seine Schere ist okay. Hey, Clementine. Wir müssen reden. Wow. Wow. Ich finde, das ist eher so, wie das Mädchen, ne? Und in einer Welt, ne? Wo... In einer Welt, ne? Wo dann so Menschen sind, die keinen mehr langere Zeit weggeflankt haben, um das mal so zu sagen. Ne? Bin ich mir nicht sicher, was die tun. Aber auch nur bei, ne? Was denkst du über Chaka? Es ist wichtig. Ja, ich denke, er ist ganz okay. Du musst lernen, dich selbst zu schützen. Komm. Nein. What the fuck? Der Rückstoß. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist dann egal. Aber jetzt verwenden wir doch keine echten Munition, oder? Schatz, so kleine. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. Nice and easy. You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Ja, hast du. Ja, du hast du. Okay, a little higher. Oh. Bit to the right. A lower. Bam. I got it. Excellent. Good shot. War wirklich gut. Die ist richtig die Profi-Schützen schon. Dank uns. Aber in Amerika, ne? Wichtig. Jedes Kind muss feuern können. Oh. Ey. Äh. Nach links zielen. Und schön ruhig halten. Das müsste passen. Keep it steady. Also. Nach rechts zielen. Und höher zielen. Schon wieder. Sehr schön. Wie viele will ich denn jetzt noch hinstellen, die sie zerballern soll mit den guten Patronen? Immer noch so halten, Mann. Oh. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Als ob er das sagt, so. Ich knall irgendwann mit dir bei Walker ab. Ist das sein Ernst? Was ist das denn für eine Aussage? Naja, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zusehen. Und bis dann. Tschüss.